alter alter also mit mit 60 klamotten bergluft das ist schon okay 58 jetzt fallen wir bis hier ab aber das ist schon gut also das macht schon echt spaß guten tag und herzlich willkommen live vom mobil diesmal schon gedenk ich nehme euch noch einen kleinen rund mit, ich komme noch ein bisschen auf die abstimmungsfahrt und ja labere euch ein bisschen die ohren voll was es so in der nächsten zeit bei uns neues gibt was auf euch zukommt was auf uns noch zukommt das allererstes mir ist dass wir das irgendwie tierisch auf das sack haben das ist ja es gibt kehrischer 50er sportzylinder für den m3 50 motor gebläse gekühlt also hab ich mich halt mit dem motor gemacht und hab mir selber den er gebaut und der läuft richtig gut der läuft richtig gut sehnt ihr was noch nicht so gut läuft ist die vergaser abstimmung aber nun ja das ist halt irgendwie bvf also ich persönlich wäre mit bvf nicht so wirklich warm keine ahnung da muss man mal gucken da muss wahrscheinlich mit kuhn hier drauf irgendwas so vm 18 oder vm 20 da muss man halt mal gucken ja der zylinder von der yamaha dd ist mittlerweile vom schleifen also vom bohrer und vom schleifen zurück und da geht es dann demnächst abal weiter und da geht es dann demnächst abal weiter müssen wir jetzt noch ein bisschen Kante entgeraden und ja so so fährt es halt ne dass es halt wieder schick ist und dementsprechend lang halt so demnächst geht es dann auch weiter am jens peters am moped an der herkules da sind glaube ich mittlerweile auch alle teile da und da musste man dann noch ein bisschen gas geben an dem apparat was gibt es sonst noch ein neues keine ahnung ob am sondag ein video kommt keine ahnung weiß ich nicht ob wir das zeitlich schaffen die ganze woche ist alles so ein bisschen voll gestoppt gewesen und naja so und jetzt gehen wir gleich mal in der härtetest und prügeln das ding mal den berg noch und dann gucken wir mal ob er was kann das ist zu fett das ist zu fett so 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 so